Ich erzähle euch, was geschehen ist, als ich den Exorzismus über Polen gebetet habe. Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen bei Menschenfischen. Meine lieben Menschen, heute geht es wieder mal um Flüche aus dem Buch vom Pater Jeremia. Keine Angst vorm Exorzisten, doch bevor wir zu dem nächsten Thema kommen, unter anderem der Fluch des Hitler-Eides, Kommunismus und anderer problematischer Ideologien, so möchte ich erstmal einmal auf die Männerkonferenz hinweisen. Also wenn ihr Männer im Hause habt oder selbst Männer seid, kommt unbedingt am 20. Mai nach Marienfried Pfaffenhofen an der Rot. Ich füge euch die Adresse in der Beschreibung hinzu. Von 9 bis 18 Uhr veranstalten wir dort die Männerkonferenz. Gordon wird dabei sein, Pater Paulus wird dabei sein, Bernhard Thoma wird dabei sein, Eugen Beikircher, Jan Philipp Goertz, Patrick McChrystal oder Patrick McChrystal, Pater Paulus wie gesagt und noch einige andere. Dort wird es Zeugnisse geben, Vorträge geben, Heilige Messe, Beichtmöglichkeit, eucharistischer Segen von 9 bis 18 Uhr am 20. Mai 2023 in Marienfried Pfaffenhofen an der Rot. Nun, ihr Lieben, kommen wir zu einem weiteren Abschnitt in dem Kapitel Verfluchungen. Verschiedene Arten und Konsequenzen von Flüchen. Verflucht werden kann so ziemlich alles. Gegenstände, Menschen, Tiere, Häuser, Orte, eine Zeit, ein Projekt, Landstriche, Familien, ja sogar ganze Volksgruppen. Auch eine Erbschaft, eine Beziehung und die Nachkommen können verflucht werden. Im Rituale für Exorzisten findet sich ein entsprechender Hinweis. Der Teufel kann sich nicht nur in Personen zeigen, sondern auch in Dingen und in Orten. Aus dem Rituale Romanum, Seite 71. Und ich sag mal, wenn jetzt vielleicht Priester zuhören oder wenn ihr Priester kennt, so schickt den Priestern doch mal einen Link von diesen Videos, weil vielen, vielen, also in den Priesterseminaren wird das alles nicht mehr gelehrt. Ja, man macht aus dem Priestern Verwalter, ein Verwalter, der in der Pfarrei irgendwas macht, im Büro sitzt und man schmeißt sie mit Arbeit zu und sie können dann ihrem priesterlichen Dienst gar nicht mehr nachgehen. Ich habe das alles schon erlebt und wenn ich mit anderen Exorzisten spreche, berichten diese mir von sehr ähnlichen Erfahrungen. Flüche unterscheiden sich in ihrer Schwere und in ihren Konsequenzen. Ähnlich wie bei Sünden gibt es leichte und schwere Verfluchungen. Flüche von Eltern gegen ihre Kinder beispielsweise oder von Priestern gegen ihre Gemeinde wiegen besonders schwer. Da sieht man, was für eine wichtige Aufgabe ein Priester in der Gemeinde hat. Ähnlich wie die Eltern gegenüber ihren Kindern. Am schwersten sind Flüche, bei denen eine Blasphemie oder Sakrileg, Blut, Okkultismus oder ein Mord involviert ist. In solchen Fällen genügt das einfache, in Anführungsstrichen, Gebet oft nicht. Es müssen heilige Messen gelesen und Sühne geleistet werden. Verflucht durch den Lebenswandel. Dann gibt es Flüche, die werden nicht ausgesprochen, sondern sie kommen durch den Lebenswandel über einen Menschen und unter Umständen auch über die Nachkommen. Das passiert, wenn beispielsweise Personen ihren Reichtum durch Mord erhalten haben. Auf dem Geld liegt zwangsläufig eine Blutschuld und der damit verbundene Fluch kann auch die Nachkommen treffen. Also, ich spreche häufig mit Leuten, die sagen, ja, ich brauche Gott nicht und es ist egal. So nach dem Motto, ich kann mit meiner Freundin 10, 20, 50 Jahre leben, wie ich möchte. Ich muss nicht heiraten. Ich kann in Sünde leben. Ich tue ja keinem weh. Wenn man sich dessen bewusst ist. Denn es gibt Flüche, die werden nicht ausgesprochen, sondern sie kommen durch den Lebenswandel über einen Menschen und unter Umständen auch über die Nachkommen. Das heißt, wenn ich so lebe, wenn ich gottlos lebe, dann Kinder bekomme, dann hat mein gottloses Leben Einfluss auf meine Kinder. Fertig. Und dieser Verantwortung sollten wir uns bewusst sein. Es ist nicht nur verantwortungslos, sondern es ist auch verrückt zu glauben, dass mein Leben, welches ich lebe, ohne Konsequenzen für mich bleibt oder auch für meine Nachkommen. Wenn ich, ich weiß nicht, Asbest in mein Haus verbaue oder mein Haus absichtlich vergifte oder mit einer Wandfarbe die Kinderzimmer streiche, die vergiftet ist, so hat das Einfluss auf meine Kinder. Und genauso ist es, wenn ich gottlos lebe, so hat diese Gottlosigkeit Einfluss auf den Segen meiner Kinder, auf das Leben meiner Kinder. Ob die Kinder im Segen oder im Fluch leben werden. Nun, ähnlich verhält es sich, wenn die Eltern sich dem Okkultismus der Hexerei oder Wahrsagerei verschreiben oder eine gewisse Zeit praktiziert haben. Ich habe in den letzten Jahren verhältnismäßig oft Betroffene bei mir, deren Eltern den Fluch durch die Anwendung von Esoterik auf ihre Nachkommen gebracht haben. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ihr Lieben, viele, 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 viele Menschen. Also die Esoterik, ich habe gestern noch einen Bericht vom Pfarrer Fimm gehört und er sagt, der Mensch sucht nach Gott. Der Mensch sucht nach Gott, die Seele, das ist wie Wasser für den Körper, so ist Gott, so ist die Suche nach Gott, ein Verlangen nach Gott, das, was die Seele benötigt. Deswegen sind die Leute so verwirrt in unserer Zeit, dass sie von einer spiritistischen, esoterischen Ecke in die nächste rennen und versuchen, irgendetwas zu finden, den Seelenfrieden zu finden. Und Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Es gibt nur diesen einen Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, so sagt es das allererste Gebot. Das erste Gebot ist das wichtigste Gebot. Auch da sieht man, wie Gott das alles in der Reihenfolge nach sortiert hat. Das erste Gebot ist das erste, weil es das wichtigste ist und so geht es dann weiter. Also im sechsten Kapitel gibt es da halt mehr dazu. Warum? Die Nachkommen unter dem Fluch oder unter dem, was die Vorfahren getan haben, leiden. Der Fluch des Hitler-Ei, des Kommunismus und anderer problematischer Ideologien. Es gibt immer mehr seriöse Berichte von Personen, die unter einem Fluch leiden, der von Großeltern oder Eltern über sie gebracht wurde, weil diese überzeugte Nazis waren. Noch mehr Berichte gibt es über die Sterbestunde von Nazis, die selbst im Tod unbusfertig waren und teilweise fluchend gestorben sind. Die Unbusfertigkeit und die Uneinsichtigkeit von Nazis kann tatsächlich für die Nachkommen negative Folgen haben. Handelt es sich um SS-Männer und KZ-Aufseher, ist es besonders problematisch, so zumindest meine Beobachtung. Mitbrüder berichten von ganz ähnlichen Erfahrungen, wenn sie für Nachkommen von überzeugten Kommunisten beten. Auch da passieren merkwürdige Dinge. Allem Anschein nach gibt es einen Zusammenhang zwischen Verfluchungen von Familien und dem Befolgen bzw. Weise praktizieren von Ideologien, die gotteswidrig sind. Und das ist krass. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die Polen unter euch vielleicht, die Deutschen eher wahrscheinlich nicht. Pater Glas hat mal, ich glaube in Częstochau, Jasna Gura, bei der Mutter Gottes von Częstochau, dort hat man so eine Sühne-Gottesdienst gemacht, nicht Veranstaltung, entschuldige ich das Wort, einen Sühne-Gottesdienst gemacht, Sühne-Gottesdienst, Sühne-Andacht war ein ganzer Tag, wo eben Sühne geleistet wurde für die Verbrechen im Krieg und so weiter. Das heißt, was das polnische Volk alles an Sünden begangen hat. Und eine Mystikerin sprach sich über dieses Ereignis aus, das sie gesehen hat, wie Millionen von Seelen, nachdem man diese Sühne-Andacht gemacht hat, diese Heilige Messe und dieses lange Gebet, was Pater Glas gebetet hat, er sagte mir, bei der Vorbereitung für die Predigt für diese Heilige Messe sind ihm drei Computer durchgebrannt. Und das weiß ich aus sicherer Quelle, das hat er selbst berichtet. Ich erzähle euch, was geschehen ist. Unmittelbar nach dieser großen Sühne-Andacht in Częstochau, als ich den Exorzismus über Polen gebetet habe, ging ich in ein Kloster. Priester standen dort versammelt mit anderen Gläubigen und einer von ihnen sagte zu mir, ich habe hier gerade eine sehr bekannte polnische Mystikerin am Telefon. Er nannte ihren Namen nicht. Er teilte mir nur mit, dass sie durch einen Bischof geistig geführt wird. Das heißt, sie ist nicht irgendeine selbsternannte Mystikerin und ich sprach ebenso mit dieser Frau. Sie möchte im Verborgenen bleiben und möchte nicht, dass man sie kennt. Sie ist manchen Gläubigen in der polnischen Kirche bekannt. Sie sagte, Pater, das, was ich während dieser Andacht gesehen habe, war unglaublich. Unglaublich. Ich fragte sie, was haben sie denn gesehen? Darauf sagte sie, ich sah über Częstochau den Himmel offen. Ich sah die Allerheiligste Mutter mit einer wunderschönen Krone, einem goldenen Mantel und einem Zepter in der Hand, mit einem unglaublichen Lächeln im Gesicht, mit ihrem Mantel ganz Częstochau schützend, samt der Menschen, die dort waren. Sie sagte weiter, es gab ein unglaubliches Zeichen. Ich sah Millionen von Seelen, welche von Osten und Westen Richtung Polen gingen und in diesem Augenblick gingen alle nach Częstochau und erhoben sich in einem Strom Richtung Himmel. Ob das die Seelen unserer Landsleute waren oder ob wir den Himmel durch unsere Sühne geöffnet haben, sie sagte, das weiß ich nicht. Ich sah die Seelen verstorbener Menschen, die von Ost und West aus Richtung Russland und Deutschland und Europa Richtung Polen gingen und in diesem Moment in den für sie geöffneten Himmel emporgingen. Millionen von Seelen. Das heißt, da ist man sich noch dessen bewusst, dass man als Volk für die begangenen Sünden Buße tun muss, Sühne leisten muss. Das hat man getan und die Konsequenz davon, die positive Konsequenz war, dass ganz, ganz viele Seelen aus dem Fegefeuer befreit worden sind, in den Himmel gehen konnten und mit Sicherheit dadurch auch ein Segen über das Volk gekommen ist. Das hat man in Deutschland nicht getan, wie gesagt, Hitler und so weiter. Und wenn wir uns umgucken, sind es schon wieder neue Ideologien, die gerade aus unserem Lande in die Welt gespreadet werden, in die Welt gespuckt werden und womit wir hier mal wieder aus diesem Land die Welt verpesten. Ja, weiter geht's. Mitbrüder, genau, das hatten wir schon, der Hitler-Eid. Ein allein von den Formulierungen her betrachtet gefährlicher Schwur zu Gott muss gebrochen werden. Ich habe beobachtet, dass schon dieser Eid negative Spuren bei den folgenden Generationen hinterlassen hat. Es sollten neben dem Gebet um Befreiung und dem Gebet zur Brechung der Flüche unbedingt heilige Messe sowohl zur Sühne für die Sünden der Vorfahren als auch für die Opfer der Verbrechen gelesen werden. Dann sollte ein Gebet gesprochen werden, worin um Vergebung für die Verbrechen der Vorfahren gebetet wird. Und wenn man sich das anhört, diese Worte anhört, es sollte Gebet um Befreiung und Gebet zur Brechung der Flüche unbedingt heilige Messe sowohl zur Sühne für die Sünden der Vorfahren als auch für die Opfer der Verbrechen gelesen werden. Wenn man das beobachtet, was heutzutage mit den Kindern passiert, die Ideologie, die heute überall Einzug hält, ist es auch ein Verbrechen gegen die Kinder und ihre Kindheit. Das heißt, in einem Kind, was zwei, drei, vier, fünf Jahre alte, sechs, sieben, acht, absichtlich gewaltsam Sexualität zu erwecken und das Kind dahin zu drängen, ja, du musst jetzt gucken, was der andere da in der Hose hat. Und Kinder haben ein Recht auf Sexualität. Das muss man sich mal vorstellen. Solche Worte gibt es gerade aus dieser Abteilung der Grünen. Und das sind auch Sünden gegenüber unseren Kindern. Und für diese Sünden wird dieses Volk mit Sicherheit Sühne leisten müssen, wie auch immer diese Sühne aussehen wird. Ich weiß nicht, ich bin da, also Gott muss da extrem barmherzig und gut sein, dass er sich das so lange anguckt. Aber ich denke auch, je höher das Maß der Sünden ist oder je größer das Maß der Sünden ist, Ausmaß der Sünden ist, umso mehr füllt sich der Kelch. Und ich glaube, schon 1960 oder 1964 in Garabandal sagte schon der Inge, dass das Maß der Sünden voll ist oder fast voll. Es ist fast überschwappt und ist ja schon fast eine halbe Ewigkeit her, die Erscheinungen von Garabandal, auch wenn sie, soweit ich weiß, von der Kirche nicht anerkannt sind. Wir werden sehen, ob das Ganze, was dort prophezeit worden ist, ob das tatsächlich eintritt oder eben nicht. Ja, also, letztes Kapitelchen. Es sollten neben dem Gebet um Befreiung und dem Gebet zur Brechung der Flüche unbedingt heilige Messen sowohl zur Sühne für die Sünden der Vorfahren als auch für die Opfer der Verbrechen gelesen werden. Dann sollte ein Gebet gesprochen werden, worin um Vergebung für die Verbrechen der Vorfahren gebetet wird. Man kann davon ausgehen, dass Nazis, Kommunisten, militante Fanatiker etc. durch Gewalt und Mord Blutschuld auf sich geladen haben. Daher sollte auch in dieser Intention gebetet und Sühne geleistet werden. Wie viel Blutschuld laden wir auf uns, wenn wir bei der Legalisierung von Abtreibung einfach zusehen. Wir sehen einfach zu. Niemand, nicht mal im Status, nicht mal im Status schaffen es manche oder als Profilbild schafft man es zu sagen, ey, ich bin dagegen. Ich bin dagegen, ich bin dagegen, dass eine Mutter in ihrem Leib ihr eigenes Kind töten soll oder töten dürfen soll und dass vor allem Ärzte zwanghaft dazu ausgebildet werden, sondern eine Abtreibung durchführen zu dürfen. Und wenn sie das nicht tun, in Frankreich gab es diesen Fall, so wurde dieser Arzt dann irgendwie zu 5000 Euro Strafe verdonnert, weil er sich dagegen gestellt hat, ein Kind im Leibe der Mutter zu töten. Der Arzt, nochmal, der Arzt soll heilen und zunächst nicht schaden, so heißt es. Als erstes nicht schaden, das ist die Aufgabe eines Arztes und dann heilen und nicht töten. Und man kann sich nicht Arzt nennen, wenn man Abtreibung vollzieht. Da ist man Henker, nicht Arzt. In diesem Sinne, Männerkonferenz am 20. Mai 2023 in der Wallfahrtskirche von Marienfried beginnt 9 Uhr mit Heiliger Messe, Ende 18 Uhr mit eucharistischem Segen. Dazwischen ganz viele Zeugnisse von unter anderem Gordon Haupt, wie gesagt, Bernhard Thoma, Michael Valetsko ist auch dabei, Jan-Philipp Götz, Pater Paulus Maria Tautz, Patrick McChrystal und Eugen Beikircher Peratona. Als Alleskönner war er in ganz Europa unterwegs, um endlich in 1200 Höhenmeter eine Familie zu gründen. Jetzt kämpft er gegen Big Pharma und Mehlwürmerschnitzel. In diesem Sinne, diesen Mehlwürmerschnitzel-Bekämpfer möchte ich gerne kennenlernen. Über euer Kommen würde ich mich auch freuen, 20. März 2023 in Marienfried-Paffenhofen an der Rot. Von uns sind es 500 Kilometer ungefähr, ziemlich weit zu fahren. Ich denke, es lohnt sich, ich weiß, es lohnt sich, dort trifft man sich mit Männern. Eine reine Männerveranstaltung. Und ja, die Frauen machen was zu essen für uns. Es gibt die Möglichkeit, dort was zu, also Mittag zu essen. Wird sehr lecker sein, ich war schon mal dort. Und ich lade euch dazu herzlich ein. Ihr Lieben, gelobt Jesus Christus und Maria, bei der nächsten Sendung wird es darum gehen, um den Besitz von verfluchten Dingen. Der Besitz von verfluchten Dingen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss.